Wenn die Leute sitzen, dann ist gut, können sie ja nichts mehr klauen. Hier haben sie ja gut getrimmt, dann kann man die Augen ja noch sehen. Ja, aber man muss trotzdem noch der Schnauze zu erkennen sein. Machen sie das selber? Ja, macht man lang. Ah, das ist bei den Rosen aufgemacht. Ja. Wissen, wissen? Das war die Kleine, wo ich gesagt hätte. Die? Ja, ja. Hatte die das auch selbst gemacht, den Hund fertig gemacht? Ich gestern habe ich ihn immer selber. Ja? Ja. Sie wurde auf den Tisch gestellt draußen und dann, die mochte das nicht gerne. Aber wenn sie dann fertig war. Aber wenn sie dann fertig war und wir sagten dann, oh sie ist so hübsch aus. Ja. Sie drehte eine Runde nacheinander. Ja. Ja, bitte ruhig da. Wissen Sie die Mama? Das ist die Mama, ja, oder? Mama ist da, ja. Ja, passt die mal auf. So, wir werden erst mal sehen, dass ich hier wieder hochkomme. Haben Sie von beiden im Bild? Von allen drei? Mit Mama? Ach so, mit Mama. Ja, das kommt mit. Mit Mama, mit Kind, Mama und Oma. Ja, mit allen. Das ist die Mama von den beiden Kleinen. Ach so, die wäre auch offen. Ja. Ja, ja, genau. Die wir in meinem Garten gespielt haben. Ja, genau. Und das ist wieder, wie gesagt, eine Schwester zu dem Vater. Und dann hast du jetzt wieder Pause, ne? Ja, 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 ja. Dann darfst du dich jetzt erholen. Ende nächstes Jahr oder Anfang übernächstes Jahr. Nee, 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 nicht so oft. Dann wird die Doldi aber geknottelt hier, wa? Ja, sie fühlt sich sehr ruhig.